so hallo leute und herzlich willkommen zu der nächsten folge von der zweite du käfer minecraft im twilight forest mod mit dem kleinen kind dem marcel und dem zottel vorsicht bitte hier sind löcher achten laden dich man es heißt warum habt ihr halt slabs hingemacht du bist voll gefährlich ich wette mit dir du bist auch einer von denen die immer schreiben er hat er hat das den teamspeak geläftet ich gehe nach ikea ich gehe nach aldi ist das grammatikalisch schon richtig, das ist ohne anerkannt kappa nein war witzig alles klar das wird so schön hier eigentlich könnten wir auch ein bisschen unser feld arbeitern das wäre ein bisschen schlauer ja mach das doch mal nur mach das bitte oben auf der plattform also überall wo kein glas ist kannst du fällt man ja da gibt mir mal ein bisschen dreck warum so viele kisten digga gib mir mal bitte das dreck aus trotz du hast du meinst doch eben du hast irgendwie ein stack oder so ja da ist ein stack bitte ich nehme ihn dir und gehe aus meinem sichtfeld raus ich kann dich nicht ertragen kann bitte einer die treppe im blick haben also den haupteingang sozusagen ja bitte das wäre echt super also hier muss hier ein bisschen wird soll ich weiter oben bauen oder soll ich hier wo die ganzen glaslöcher sind bauen nee geh weiter bau weiter oben bitte mach das ach dann muss ich ja jetzt doppelt bauen wegen dem wasser das wasser kann ja auch ruhig runter ne stimmt kann es nicht auf einmal kommt sie gegen uns durch unsere farm so das ist vollkommen egal hauptsache wir haben genug schießschaden weil ich werde gleich eh noch mal so paar ich werde gleich so gänge machen wo man dann auch richtig gut gegner von der seite runter schießen kann nur das was machst du denn da ich oder wer glas einbauen nein ich mach dir doch eh dreck drauf ich muss ja aber nicht da oben da oben musst du kein glas hinbauen da oben sehen wir von hier aus unten einmal mit profis und wieder kabel sturm verschwindet ja wir brauchen nicht den kabel generator hat jemand nein habe ich nicht ja habe ich so halte die ausschauen ja ich mach das die ganze zeit ist sehr gut das ist mein job was anderes kann ich nicht was denn du bist auch ja du bist nicht gemein oder was ja siehst du ich bin ganz ich bin doch ganz nett zu dir was willst du eigentlich naja naja geht so ne was geht hazi leute könnt ihr mal bitte ich auch einen der grad ein bisschen auf mich aufpasst und richtung westen geschaut bitte geht es irgendwie ja es ist irgendwie möglich das wäre ich zu machen weiß einer wie weit das wasser geht kannst du mir sagen wie weit wasser geht so eine wasserquelle reicht das wenn ich so mache ist reicht das in welche richtung willst du das jetzt machen ich will jetzt hier alles andere ausbauen und mit karotten frei machen das ist gerade so risky was ich jetzt hast du mir wasser einmal holen und die da in die leeren flächen wasser hier also ich habe einen den brauche ich aber gleich wieder so wie mache ich das jetzt am besten genau so wird das jetzt gemacht wird man hier praktisch wirklich so richtig schön durchgucken kann und auch eventuell dadurch schießen kann du kannst hier wo das wasser ist da kannst du glas hin bauen wenn du möchtest so jetzt können wir glaube ich eigentlich von jeder seite ziemlich gut runter auf gucken ob was unter der base gerade passiert oder sehe ich das richtig gut möglich ja das ist sehr gut das ist sehr sehr gut weil das ist am wichtigsten dass man immer einen überblick hat als gerade gegner auftauchen sollten oder so die farm steht auch nicht alles absichern dass man nicht ausversehen irgendwo aber mich verwundert dass sie nicht wieder vorbei gelaufen sind die ganze zeit und hacken gerade was richtig krasses aus oder wo sollen die sein du keine ahnung ich weiß es nicht musst du die fragen so ok ich denke jetzt kann man hier nicht mehr so einfach irgendwo rausfallen aber muss halt trotzdem ein bisschen aufpassen aber hier ist alles safe ok also eigentlich auch echt gut haben wir letztens festgestellt wir haben die echt durch die rüstung die die haben ja auf eins möchte ich euch jetzt gerade einmal hinweisen das glas kann kaputt geschossen werden durch waffen kein problem mache ich also nicht unbedingt ich übernehmen genau also man das ist zum durchgucken da aber nicht draufstehen wenn gegner gerade da sind das wäre blöd so bitte auch auf jeden fall auf auch wenn gegner nicht da sind würde ich nicht unbedingt aufstehen ja da hast du wohl recht naja die gegner können ja da sein aber du siehst sie vielleicht nicht okay ja aber das sieht doch schon mal ganz okay aus nein sieht es nicht wenn es total übersichtlich ja dann bau es um mach besser so ich gehe jetzt auf k ich mache mir was zu essen ja weil von hier oben sieht man halt nicht was unter der base passiert und wir müssen hier definitiv mehr glas hin bauen lol wer baut gerade glas ab ich weil das hier irgendwie total komisch gebaut ist gib mir nochmal irgendwie drei glas bitte obwohl ich nehme die aus dem wochen muss du musst bitte sagen wenn du was wo ist jetzt glas offen ich mach das ist egal ich weiß noch nicht warum du das hier über drei schichten gemacht hast das ist da ganz komisch aus ich weiß es auch nicht lasst mich ich bin kein bauprofi ja irgendwie kannst du gar nichts ist okay ist okay marcel nein alles gut hab dich doch hdl und hdgdl und so ich baue also nein die haben uns gesehen ich suche sie leute irgendwo sind sie okay müssen gut aufpassen die haben nämlich sniper ja ja steht nicht so ganz nah am rand sondern ein kleines stück weiter zurück so dass wenn das irgendwo ja klar ich sehe sie halt echt nicht hä wo sind die auf einem baum vielleicht vielleicht optifine ganz genau alle bäume ja oder er kann ja die könnten uns halt wieder verarschen ne weil die schon auch was macht ihr schon wieder da oben das ist eher nicht verarschen nein das könnte darauf bezogen sein das könnte darauf bezogen sein dass er letztes mal schon geschrieben hat aber was macht ihr da oben und jetzt was macht ihr jetzt schon wieder da oben ein auf dem weil ich das könnte es natürlich auch sein aber irgendwie ist es unrealistisch weil sie jetzt wäre so genau die zeit wo sie einmal um die map gelaufen sind ja das sagst du jedes mal wenn er irgendwas schreibt alter ja es stimmt ja auch weil ich recht habe es ist einfach so begründung weil ich recht habe was weiß ich sehe aber definitiv auch nicht aber wir sollten wachsam sein das war eine blume alles gut ja es ist halt das blumen die verwirren einen mega in dem ja ich gehe mal runter und baue alle blumen ab die ich finde es gibt ein baum der so ein bisschen gefährlich werden könnte der ist hier richtung westen der direkt neben uns steht das wäre der einzige baum ach der da ja aber dann trauen sie sich vielleicht doch wenigstens mal hoch von dem sie halt auch hier oben rauf kommen könnten ja okay alter so ist auch den baum hier gerade auch mal ab wegen der übersichtlichkeit muss ja noch die ganzen ecken einmal ausbauen ist sein dass wir den ich sehen oder die haben uns echt verarscht wie marcel sagte ich weiß es nicht ich habe die menschenkenntnisse dass man recht hat so ich stelle mich jetzt mal wie offen präsentiert oder die sehen das kann auch sein seht ihr in richtung westen des kabels sondern unten an dem baum ja das war schon damals da glaube ich ich dachte schon ich fall jetzt runter ja habe ich auch schon aber irgendwie hat man schon schiff aber es kommt darauf an was du für ein texture pack hast bei mir sieht man zum beispiel dieses glas gar nicht okay also bei mir sieht man das glas schon und trotzdem ist es jedes mal ein seltsames gefühl darauf zu laufen ja ich denke mal er könnte eins vergessen haben ja ja ich den habe ich wieder mitgenommen okay ja was machen wir dann jetzt ja glotzen 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 oh man leute ihr mache ich sehe ich ist auch zu ich denke jetzt gerade habe ich da nicht zugebaut oder wenn die das sind so unter unserer plattform bestimmt bauen sie sich einen tunnel zehn folgen lang um uns dann von unten zu überraschen man sieht halt nur so man sieht nur so ein kabel stone so in schlangenform linie so lange hoch langsam genau ich noch ein bisschen auf die map schauen ob sie irgendwo vielleicht bauen die ja selber eine skype naja dominik übrigens im sinne von er hat sich eingebaut ne guck mal unter uns jetzt sieht man den turm endlich mal weißt du wo er letztens meinte er hat wir können ihn gar nicht runter geschossen haben aber das stimmt ja nicht das ist ja alles was ich weiß was du meinst aber die blöcke da haben wir echt nicht gerade ihr müsst die zeit bei downfall eingebracht ich mach das mal kurz ne du musst das schwerfaktieren machen ja und dann aber die zeit dann geht das ganz lange jetzt habe ich glaube 100 minuten oder so ich sehe sie auch wenn die irgendwo ich gehe mal kurz game mode one nein was machst du das macht schon wieder da unten guter kommentar echt er hätte von er die dritte das ist schon krass wir sollten uns auf eines einigen wir ballern erst auf die los wenn die richtig nah hier sind vor allem das mit der panzer ja aber auch mit den anderen magazin war so viel haben wir doch im endeffekt auch nicht ja das stimmt Und das zieht schon hart, wenn man so unnötig auf die rumballert, wenn sie weiter wechseln. Ja, das geht halt auch schnell bei der Feuerwarte. Pfeile sind da halt schon echt viel besser. Ja, aber wenn sie nah sind, dann kann man die richtig krass mit Pfeilschaden kaputt machen. Wo sind sie denn jetzt? Ich dreh noch durch hier. Ja, wo bleibt ihr denn, Digga? Ich geh das echt nicht. Aber die sind so ralig, wie ist der? Ey, aber die Karotten wachsen ja echt saulangsam ohne Bone Mehl. Ja, deswegen, ich geh nochmal runter und hol ein paar Skelette. Tschüss. Alles klar, was sagst. So sei der, tschüss. Oh, Mann, 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 Mann. Ich hab keinen Fock. Ich hab keinen Fock. Wieso? Das Steuersparbuch. Der haut mir immer aus seinem Steuerspar. Okay, ich glaub, die haben uns echt verarscht und die sind gar nicht hier. Wer hat recht? Na, Dominik, sag es. Du hattest recht. Das kann man nicht sagen, weil... Ich hatte recht. Boah, das kann man nicht... Ich hatte recht, du hattest ohne recht. Stimmt, werde ich jetzt gleich runtergeschossen oder so. Ich hatte recht. Wenn ich hier so dumm stehe. Möglich. Ja, das kann durchaus sein. Ihr müsst doch unter uns immer gucken, ne? Aber es kann doch nicht sein, dass wir sie hundertmal... Oder die sind vielleicht irgendwie weiter Richtung Süden, Richtung Mitte. Oder die haben voll die krasse View Distance. Ne, und denken sich so, ah, da hinten ist die Skybase, da sind sie eh nicht. Also, wenn ich sie wäre, würde ich mich auf jeden Fall irgendwo an einem Baum hochbauen. Ja, ja, klar. Wir haben halt auch Sniper, ne? War das, ähm, Cobblestone? Also, war der, ja. In Westen, ja, schon. Aber alter, die Skybase, die sieht auf der Minimap so genial aus. Wie so ein UFO oder sowas. Ich find das so cool. Ich dachte, wir wollten eine Penisform. Da haben wir uns letztendlich hier vor den anderen drauf, äh, hier geeinigt. Aber Leute, eine Kleinigkeit. Noch immer ein bisschen bewegen, weil falls die uns sehen und beide gleichzeitig mit der Sniper auf unseren Kopf schießen auf einen von uns, dann ist man instant tot, wenn die gleichzeitig schießen. Alter, gleich fall ich hier runter. Ich seh nix im Leben. Ja, aber hier baut sich auch unten keiner lang. Ja, ich, ich, ich könnte mir echt denken, dass die, dass die so denken, ja, da hinten ist, da hinten ist die Skybase und, äh, da sind die bestimmt eh nicht und so weiter. So, ich benutze jetzt mal ein bisschen Bonny für die Karotten, damit's ein bisschen schneller geht. Aha, du hast also doch noch was? Ich hab hundertmal gefragt. Ganz wenig, ganz, ich hab nur noch ein, zwei Stück. Das war's jetzt alles, Marcel. Achso. Den Rest müssen wir durch warten, farmen. Ja, dann pflanz mal wieder einen, die Dinger. Mach ich doch. Steck, steck'n rein, die Rübe, du. Alles klar. Äh, wir haben ja jetzt Glas, jetzt können wir auch ein Fernglas machen, oder? Ja, guck mal, mein Glas ist das Fernglas. Ach, das geht, stimmt. Echt geht das? Ich glaub, durch Optifine braucht man das gar nicht. Ja, man kann Fernbläser craften. Mit ner Waffenbox geht das, glaub ich, irgendwie. Aber das lohnt halt überhaupt nicht, weil wir haben doch eh den Optifine. Optifine ist Hugging. Nee, eigentlich nicht. Das ist Hugging. Ey, aber ich dreh hier noch durch. Sollen wir denen sagen, dass wir auf der Skybase sind? Nö. Nein. Hä, wieso? Wieso sollten wir das machen? Ich wär ja sowieso lieber für Bodenkampf, aber ihr wollt ja nicht. Von mir aus können wir auch wieder runtergehen und das hier einfach als Farm benutzen, oder so. Dann müssen wir die ausbauen. Auf jeden Fall. Sonst garantiert sich das nicht, immer hin und her zu laufen. Ja, dann bauen wir die jetzt wieder ein bisschen aus. So, ich baue den Baum hier mal wieder ab. Also, ich muss echt sagen, ich seh rein gar nicht. Gabriel bleibt da. Ja, gut. Aber, ey, wenn die doch andauernd rumlaufen. Okay, aber ich bin der Gabriel. Hä, aber ich check's echt nicht, weil die laufen doch andauernd rum. Die müssen jedoch schon längst vorbeigekommen sein. Und uns gesehen haben, weil die ständig im Kreis laufen. Das war ihre eigene Aussage. Die müssen uns gesehen haben. Die hacken irgendwas aus. Und dann schlagen die ganz überraschend. Ich wusste, dass die hacken. Nein, die hacken. Nein, nicht aus. Etwas aus, etwas aushacken. Ach, die hacken. Ach so. Ach, Harz. Ach, Harz. Was wolltest du gerade sagen? Ja, ich wollte sagen. Harz Mund. Harz Mund. So, in diesem Sinne, Leute. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschödeloo. Tschö. Tschödeloo. 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 Tschödeloo.